Nehmen wir mal an, ich bin jetzt der Coach und ich bin offen dafür, meinen Klienten dahingehend zu unterstützen, dass ich sein Problem löse. Was macht das mit dem Klienten? Fühlt er sich authentisch? Fühlt er sich wahrgenommen? Oder ist es nicht ein viel, viel besserer Weg, letztlich dem Klienten, dem Coach auf seinem Weg, seine Problematik, ihn zu begleiten, indem man ihn unterstützt, damit er sein Problem löst oder sie, Entschuldigung, also nicht geschäftsspezifisch, sondern damit er oder sie ihr Problem, sein Problem lösen kann. Ich denke, da liegt doch eine ganz andere Wertschätzung. Also, Ego am Kleiderbügel und ins Tun kommen, Vertrauen aufbauen und jederzeit dem Coach das Gefühl zu geben, hier bin ich richtig, das ist genau das, was ich möchte und was ich auch für viel Geld erwarte. Was macht das mit dem Klienten, wenn ich mich hinstelle, wie mehr vielleicht oder aus dem Eltern-Ich und dem Klienten sage, was er zu tun hat? Was macht das mit ihm? Wie fühlt er sich? Wie fühlt er sich dabei? Was macht seinen Selbstwert? Was macht sein Selbstbewusstsein? Und was ist es sich letztlich bewusst, sein Wert zu sein? Was macht das mit seinem Selbstwert? Ich glaube, die Frage wird euch alle selber beeindrucken. Wenn ihr sowas schon mal erlebt habt, wenn ihr schon mal ein Coaching in diesem Kontext erlebt habt, dass wirklich der Coach als Lehrer oder als Eltern-Ich, ihr schon mal ein Coaching hattet und ihr euch da nicht wohl gefühlt habt, dann schreibt mir doch einfach mal euer Erlebnis in mein Kommentar. Die Frage, die sich stellt, worum jetzt zum Beispiel ein Coach im Eltern-Ich auftritt, belehrend auftritt, das könnte unter Umständen eine Doppelbelichtung sein. Eine Doppelbelichtung kommt aus dem Systemkontext, was ich euch sehr gerne in einem späteren Video erkläre. Erklärung.